Heute gibt es einen komplett neuen Skin für 10 Euro in StumbleGuys. Für mich ist der Special. Und wir haben den hässlichsten Skin in StumbleGuys gespielt, der auch neu rauskommt. Bleibt bis zum Ende dran. Es war unglaublich, was gerade hier abging. Schaffen wir heute auf dem Video 1999 Likes. Ansonsten geht der PS5-Controller schnell kaputt. Schnell! So, heute mit Kapuze. Heute mit Kapuze. Heute müssen wir uns schützen. Heute müssen wir uns schützen. Denn, Leute, wir kriegen neue Sachen im Shop. Also, wir haben richtig viele Sachen im Shop. Wir haben gewöhnliche Skins, als eben so... Frozen Glücksrad ist da. Ja, mit unserem allerneuesten Skin. Special Frozen-Vaküre. Legendäres Glücksrad ist da. Rosa Rad mit dem Skin Cyberpink, Mrs. Invisible und Miawa. Also hier, die da. Cyberpunk, falls ihr die noch nicht habt. Also richtig krass viele. Amethystrad mit speziellem Skin. Amethyst. Nichts kostenlos. Seltenes Angebot. Dann haben wir zeitlich begrenztes Angebot. Und dann... Wir haben den Golden Glove plus Black Eye Emote für 10 Euro. Und wir gucken ganz mal schnell. Haben wir überhaupt alle Skins? Die zwei Skins fehlen uns. Mrs. Invisible und Golden Glove. Okay, das allererste, was wir machen werden, ist erstmal, dass wir Mrs. Invisible kriegen. Also bitte. Wir haben gar keine Mrs. Invisible. Was ist denn das? Freunde. Mrs. Invisible wird jetzt gezogen. Und dann kommt der Golden Glove Skin. Den müssen wir auch spielen heute. Und... Ich hätte schon gedacht, dass direkt beim zweiten Drehrad irgendwas passieren wird. Ich sage euch, wie es ist. Wir gehen gleich rein in die Runden. Spielen die zwei neuen Skins. Und werden die Leute richtig dick unboxen. Müssen wir heute machen. Weil wir haben heute einen Box-Skin dabei. Und dann spielen wir noch Mrs. Invisible, die wir auch noch nicht haben. Okay. Okay. Bis jetzt ist noch nichts dabei. 5% Chance. 5%. Ich sehe 0. Bis jetzt haben wir 0%, Leute. Komm schon. Ein bisschen Glück müssen wir haben. Und... Da ist sie! Legendary Mrs. Innocentineel. Mrs. Innocentineel ist da, Leute. Und jetzt kaufen wir uns mal danach ganz entspannt den goldenen Boxer. Und dann gucken wir mal, welche von den zwei Skins geiler ist. Naja, bin ich mal gespannt. Großer Rat ist jetzt auch durch. Wir haben jetzt wieder alle Skins, Leute. Ich habe hier wirklich immer Schwierigkeiten, wenn ich nicht alle Skins habe, zu atmen in StumbleGuys. So, da ist sie. Miss Invisible. Und jetzt holen wir uns mal für 10 Euro den goldenen Boxer. Kauf ist abgeschlossen. Okay. Wir haben einmal 3000 Juwelen bekommen. Legendären Boxer. Und Black Eye als Emote. Wir gehen mal kurz rein und rüsten natürlich unsere Sachen aus, Leute. Wir nehmen das neue Emote auf jeden Fall mit, falls uns jemand boxen sollte. Dann können wir dem zeigen, dass wir ein blaues Auge haben, okay? So, Leute. Ich würde sagen, wir spielen zuerst Mrs. Invisible. Ey, Cyberpink habe ich auch nicht. Und die auch nicht. Okay, das sind auch die neuen Skins. Die spielen wir wann anders. Heute spielen wir erstmal Mrs. Invisible. Und goldener Boxer. So, Leute. Wir sind hier mit dem neuen Skin. Und wir sind die StumbleGuys Bewert Community. Ihr kennt uns doch, ja? Ja, wir bewerten immer die StumbleGuys Skins, die neuen. Und Leute, ich glaube, heute hagelt es, heute hagelt es wirklich blaue Augen bei dem Skin. Also, ich muss schon wirklich sagen, das ist der schlecht, also einer der schlechtesten Skins, die wir wirklich jemals gespielt haben. Und ich denke, das wird heute das erste Mal eines der schlechtesten Skins, die wir bewertet werden. Die bewertet werden von uns. Leute, in der zweiten Runde werden wir den Skin bewerten. Aber ich sage so, ich glaube, das sieht gar nicht gut aus. Das hatten wir noch nie in dem Video. Oh mein Gott, auch noch auf der neuen Map, Digga. Auch noch auf der neuen Map. Also, Leute. Wir hatten viele gute Skins. Und schreibt bitte in die Kommentare rein, wie ihr den Skin diesmal findet. Ich gebe zuerst meine Bewertung ab. Also, Freunde. Ich muss sagen, es ist für mich... Bro, das ist für mich eine 3. Das ist eine 3! Das ist eine 3er Bewertung. Wir hatten, glaube ich, noch nie einen Skin unter 7 oder 8. Bro, das ist eine 3. Leute, wir reden hier gerade von einer 3. Man muss auch sagen, der Skin ist kacke, Digga. Und ich muss auch sagen, Mr. Invisible ist genauso kacke. Aber der sieht noch ein bisschen hässlicher aus. Leute, wir haben eine 3er Bewertung-Skin. Schreibt mal rein, wie ihr den Skin findet. Ich glaube, das ist sehr hässlich heute. Unglaublich hässlich. Aber vielleicht ist der Skin ja gut beim Spielen. Komm schon. Wenigstens holen wir Win jetzt mit dem hässlichen Skin. Auch wenn er hässlich ist. Ist egal. Ist egal. Weil vielleicht holen wir den Win... Digga. Digga, du kleiner... Der kleine Assi. Der hat uns alles verbockt gerade, ne? Der hat uns gerade alles verbockt, Digga. Dieser Kle... Obwohl, obwohl, wir haben noch eine Chance. Wir haben noch vielleicht eine Chance. Wenn der jetzt verkackt gleich. Wenn der jetzt verkackt gleich, Leute. Können wir es schaffen. Okay. Ja. Mann. Ich wusste nicht, wo Kick-Emote ist. Ich wusste nicht, wo Kick-Emote ist. Weil das ja alles durcheinander ist. Ich drohe auf LT-Kick-Emote. Ist es hier? Ist egal. Ist egal. Weg mit dem Skin. 3er Skin weg. So, Leute. Jetzt holen wir auf jeden Fall mal den neuen Boxer-Skin. Wo ist er denn? Hier ist er jetzt. Golden Glove. So. Können wir die Farbe ändern? Ja. Können wir machen. Schwarz. Oh, weiß sieht cool aus. Schwarz sieht aber auch nice aus. Hat irgendwie was. Aber ich würde sagen, wir nehmen... Ja, wir nehmen komplett Gold, Leute. Wir nehmen komplett Gold. Wir werden jetzt unboxen. Mir kack egal. Ich gucke jetzt nur, wo das Box-Emote ist. Auf welcher Taste ist das jetzt? Ich teste jetzt alle Tasten durch. Mir egal. Irgendeine Taste muss es ja sein. Oh. Das ist ein Skin, Baby. Viel besser als der andere Skin, Leute. Also. Was geht mir dem hier? Für eine Bewertung. Also, ich muss schon sagen... Da ist der Box-Emote. Okay. Das ist Box-Emote. Wo ist jetzt Kick-Emote? Alter. Der ist geisteskrank. Der hätte auch als Special Skin durchgehen können, ne? Bin ich ehrlich, Leute. Das hätte auch ein Special Skin sein können. Sage ich euch ganz ehrlich. So. Blaues Auge. Und von vorne... Wir haben die krasse Kombi genommen. Gold mit Gold, Leute. Ich glaube, das wird eine super Bewertung jetzt. Ähm... Boah. Ja, der ist crazy. I've been crazy. I'm feeling great. Okay. Ich glaube... Ich glaube... Das wird eine richtig krasse Bewertung. Schreibt mal jetzt rein, was ihr den Skin gebt. Danach sage ich euch meine Bewertung, Leute. Wir hatten heute den hässlichsten Skin einfach. Im Video. Ich kann es kaum glauben. Es gibt keinen hässlicheren. Das ist wirklich plus Ultimatum. Es geht los in Botbash. Ich sage euch ehrlich. Der Skin ist für mich eine 9,5, Digga. Es ist ein Meisterwerk. Ein goldener Boxer. Wo wir die Haut golden machen können. Der Typ ist einfach ein Special Skin. So. Ja, ja, ja. Kein Problem. Kein Problem. Ich boxe euch schon um. Da ist ein anderer Special Skin. Ich bin Special Skin. Nicht du, Junge. Hau rein. Ich weiß jetzt auch, wo mein Kick-Emote ist. So. Wo ist der nächste? Boom, Digga. Hier hast du dein blaues Auge. Ja. Das ist auch noch ein blaues Fuß. Einen blauen Fuß. Okay. Boom, Digga. Wer ist Special Skin? Ich bin Special Skin, weil ich goldener Skin bin. Wo? Okay, Finale. Ich gewinne das jetzt sowas von mit dem 9,5 Skin, Freunde. So. La grande Finale. Mit goldenen Boxer. Müssen wir jetzt ein gutes Spiel machen. Und Finale ist Laser Tracer. Die Lieblingsmap von mir. Leute, Lieblingsmap ist das von uns. Ihr wisst doch Bescheid. So. Und jetzt boxen wir ein paar Leute um. Ich kenne keine Gnade. Vorhin haben wir verloren, weil wir Scheiße gebaut haben. Diesmal gewinnen wir, weil wir Leute unboxen. Und heute darf ich. Heute bin ich ein Assi. Aber wir unboxen. Skin in Stumbleguys. So. Mann. Ich muss ein bisschen üben hier. Wollen wir links und rechts ein bisschen geschielt gerade mit Auge. Oh. Es tut mir leid. Special Skin. Aber es gibt nur ein Special Skin hier in dem Game. Und der bin ich. Und der bin ich. Und laut Stumbleguys bin ich legendär. Aber ich bin Special. So. Der nächste wird jetzt umgeboxt. Ah. Zu früh. Zu früh. Zu früh. Zu früh. Wir waren ein bisschen zu früh. Chill. Chill. Nein. Mein Arm war zu kurz. Winkt. T-Rex. T-Rex. So. Warte mal. Zwei ist denn erst. Jetzt. Der ist weg. Oder? Oh mein Gott. Der war so assi. Äh. Okay Ninja. Okay Ninja. Du hast mich herausgefordert Ninja. Oh. Oh. Ninja weg. Wo Ninja. Ich seh keinen Ninja. Aber Ninja ist doch eigentlich unsichtbar. Da wurdest du kurz mal unsichtbar mein Freund. So Leute. Jetzt Box wird die Banane weg. Ich hab keinen Bock auf die Banane. Ah. Karma. Das war dickes, dickes Karma. Egal. Mal gucken wer gewinnt. Kommt. Die waren echt gut Leute. Wir gucken ja von den zwei gewinnen. Tut mir leid. Ich war ein bisschen assi heute. Aber wir hatten Box im Mord. Banane hat gewonnen. Und die wollte ich umlocken. Leute. Das war das neue Update. Richtig nice. Das Kind muss ich sagen. 9,5 Bewertung. Und 3er Bewertung. Besser kann es ja nicht sein heute. Haut rein. Bis dann. Und ciao.